Schau doch mal hier! Mit Riesenenten seid ihr da! Das ist doch Platz für alle! Das Becken ist doch groß genug! Wo ist denn der Mischbärcher, wenn man ihn braucht? Wo ist denn der Mischbärcher? Hab ich ihn mit mir! Naja, wenn man braucht, ist er nicht da! Riesenbecken und nichts kannst du machen! Das Königsbade ist für alle da! Echt ey! Für alle Forchheimer! Ey, da hinten ist ein Wegweiser! Habt ihr gemacht, mal hinten! Hopp! Was gibt's denn da? Oh! Hä? Sumpfgebiet! Ja, das merke ich! Ey! Da dürft ihr aufpassen, dass wir nicht versumpfen wollen! Da können wir aufpassen! Hör doch fahren, da lassen wir mal weiter! Da vorne scheint das mit dem FKK zu sein, oder? Was hast du schon mal gemacht? Nein! In dem Freibord noch nicht! Irgendwann ist es mal das erste Mal! Schauen wir mal wie es wird! Wenn es einer kommt, dann hier! So, Zwickl, da scheint die Veranstaltung zu sein! FKK! Ich hab's auch noch nicht gemacht! Keine Ahnung! Ja, Django! Irgendwann ist immer das erste Mal! Ey, und wenn einer FKK machen kann! Hör! Dann sind's wir! Jahrelang die Arbeit! Oh! 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 Ganz sauber! Was denn? Nugget im Königsbad, oder was? Moment! Da vorne stand heute große FKK-Veranstaltung im Königsbad! Ja! FKK-Veranstaltung im Königsbad! FKK! Ja! Forchheimer Kultur im Königsbad! Ach, Django! Also, da schmeißen sie doch auch noch raus! Weißle! Wir kommen gleich noch mal! Warte mal! Gleich kommen wir wieder! Ach, Django! Ein FKK-Bot! Schlimmer doch auch noch ein Hausverbot! Mal wieder anziehen! Das soll nicht so schlimm sein! Wenn da vorne steht FKK, dann sollen sie uns gescheit nachschweigen! Wir probieren's noch mal ab! So ist schon besser! Kommt, ich zeig's euch mal! Zeig's euch mal ein wenig! Entschuldigung noch mal! Entschuldigung! Ja, das war das erste Mal! Wir sind auch noch unerfahren! Ja! War auch immer Kultur! Ich bin gespannt, was wir auch immer unter Kultur verstehen! Sag einmal, die Enten, die gehören zu eurem Hausstand, oder? Ja, ich leb mit einer Ente in einem Hausstand! Ja, dann könnt ihr zusammensitzen! Sehr schön, schau! Jawohl! Ohne meine Ente geh ich mir in den Tunnel! So! Jetzt ist's doch schon besser, oder? Dann können wir starten! Prost! Schöner Tag im Königsbad! Ey, der Kasten, du, der ist schon halb leer! Der ist schon halb leer, ey! Der macht mich ganz kirre mit seinem Schonglierereizeuch! Sag mal, haben wir schon so viel gesufen, oder? Ich seh schon zwei Bühnen! Ein, zwei! Ich wollte dich auch grad fragen! Ich seh für euch auch zwei Bühnen! Oder meinst du jetzt die Hits? Boah! Irgendwas stimmt doch nicht! Irgendwas passt nicht! Nein, nein, ihr seht schon recht! Es sind zwei Bühnen! Wir haben erst die eine da drüben aufgestellt! Aber mit der haben wir noch Probleme mit der Statik! Ja, Mensch, Lorenz! Wenn da was mit der Statik nicht passt, dann schau da mal tiefer runter, ob vielleicht ein Kellerstoll von da oben runterläuft! Weißt doch, wie's im Vorheim ist! Das wär nicht das erste Mal! Mal reden! Ich hab ja für das gezwickelt, dass du jeden Abend bestuhlt wird, ne? Ganz schön sauber! Was machst? Jeden Abend war du bestuhlt? Ja! Hey! Aber FKK in Vorheim! Vorheimer Kultur im Königsbad ist doch einfach schön! Schön! Mir gefällt's!